Was? Oh shit. Yo, Leute, ich bin gleich da. Ah, das ist perfekt. Was geht ab? Was ist los? Warum lacht ihr so? Steckt euch euer Grinsinn sonst wo rein. Das ist kein totes Frenzchen auf meinem Mund und ich hab auch keine Wette verloren, okay? Das ist Männlichkeit. Männlichkeit. Ja, ihr könnt mich ruhig Pablo Curo Escobar nennen oder den alten 80er Jahre Pornodarsteller. Meinungen anderer sind egal. Ich hab mein Hawaii Hemd. Ich hab mein Hawaii Bart. Er hat einen Namen. Yami. Da unten heißt es nämlich Yugi. Yami Yugi. Und heute ist ein schöner Tag. Heute schauen wir die zweite, dritte und vierte Folge von dem Anime Toglu Avengers. Und wisst ihr, was ich richtig schön finde? Ich hab im letzten Video gesagt, Leute, wir schauen das zusammen weiter. Und ich dachte, ihr Pisser hört eh nicht auf mich. Ich guck das alleine weiter. Aber die meisten von euch haben geschrieben, wir schauen das zusammen. Was seid ihr für Ehrenmänner? Die Freunde, die die erste Folge nicht gesehen haben, warum auch immer, ich hab Videos gemacht, kommt hier eine kleine Zusammenfassung. Im Prinzip, wir haben unseren Loserboy, der seinen Job hasst. Der alles hasst. Dein Leben hasst. Mich hasst. Fairytale hasst. Und eines Tages, ganz random, wo er sich einfach fragt, was hab ich falsch gemacht? Wird der irgendwie vor ne Bahn geschmissen? Und er wird im Prinzip in seine Vergangenheit geschmissen. Als er noch so ein gut aussehender Rebell war. Aber er möchte jetzt alles verändern. Er möchte die gesamte Zukunft verändern. Weil in der Zukunft stirbt seine Freundin und ihr Bruder. Das ist ganz beurteile. Dort trifft er auf den Bruder seiner Freundin. Und sagt ihm, ey, ihr werdet sterben in zwölf Jahren. Und dadurch hat der Junge ein neues Ziel im Leben und verändert die Zukunft. Durch diese Aktion verändert der Typ die gesamte Zukunft. Die Schwester von ihm stirbt trotzdem. Er sagt, bitte hilf mir, meine Schwester irgendwie zurückzukriegen. Du bist der einzige, der mir helfen kann. Und er sieht extrem aus wie Ganta aus, that momentan. Okay, okay. Das heißt, egal was passiert, sie stirbt oder was? Sie ist der Kenny, der Real-Life-Kenny. Ihr wollt mir grad sagen, dass durch Händeschütteln Zeitreisen kann. Was ist aus Anime geworden? Was ist aus Kreativität geworden? Ja, komm, bin ich einem das große Anmulation. Wirklich, die erste Folge fand ich geil. Los geht's! Was? Naoto? Versehen es, Freunde. Ihr habt mit mir einen Kollegen am Start. Der ist hart, aber ehrlich. Hey! Warte, warte! Das war heute vor 12 Jahren! Ich habe wirklich wieder Zeitreip gemacht. Das war doch diese Neunklässler, also die ein Jahr älteren Leute. Oh, jetzt packt er aus. Top-Low-Sano oder Kisaki, aber ich würde mich nicht mehr sagen. Oh, oh. Er hat irgendeine Wunde getroffen. Was? Was? Okay, das ist vielleicht ein bisschen... Wir haben dieses Emotionslose draufgeschlagen. Jetzt wird er grad so ein Hackfleisch vorbereiten. Boah, ich habe so Lust ins Gesicht. Spock, hä? Okay, jetzt geht er wieder zu... Ah, er möchte wieder den kleinen Bruder finden, um ihn in die Hand zu schütteln, damit er in die Zukunft kommt. Jetzt ist es neu. Da ist der Weg. Bye, bye. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Freunde, ab heute verabschieden wir uns nur noch so. Was, ein Bruder. Richtige Rainbow-Vibes. Habt ihr Anime Rainbow gesehen? Nee. Oh! 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 Boah, ich will den Typ einfach nur ins Gesicht schlagen. Ich höre, als er fresse. Pam, Junge. Pam. Hör mal. Oh! 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 Ich höre, wie du auf jeden Fall die Stelle, wo der eine Typ im Publikum so geschrien hat. Ja, ich habe immer wieder ein ähnliches Spiel, nicht wahr? Ich bin etwas lustiger, Mann. Kiyomasa-Sempai. Was? Du hast einen Bruder, du hast einen Bruder. Er fordert gerade den Typ heraus, der ihn gestern komplett zu Öimigori brei geschlagen hat. Ich gehe nicht! Okay, Feedback zur zweiten Folge. Ich muss sagen, ich fand es langweilig, so an sich. Dabei ist nichts dabei, wo ich sagen würde, oh. Da war sehr viel Gelaber und irgendwie nichts Besonderes wirklich. Aber die haben ein gutes Setup gemacht für die dritte Folge. Ich glaube, ab jetzt wird es richtig spannend. Deswegen, Freunde, bleibt dran und lasst uns in die dritte Folge stürzen. Ich bin gespannt. Let's do this. you wanna nur die Ich bin walking. Schöcken los. Schöcken los. Schöck proposed. Ich weiß es nicht, was ich hier ist. Ich bin der Kiongmang. Kiongmang, ich werde nicht mehr mit mir sterben. Ja, Mann. Ich kann mich nicht mehr schlafen. Hey, Kiongmang. Ich bin der Kiongmang. Oh. Ich bin nicht mehr aus. Ich bin der Kiongmang. Ich mag ihn jetzt schon. Ach, das ist der Bosch. Ah, okay, er hat ihn gefunden. Ja, man, so begrüße ich auch immer meine Freunde. Bye, bye! Bam! Tschüss, Oge! Oh, okay, ich bin gespannt, wie er das verändern möchte. Holy shit! Der Typ ist krass drauf! Ab jetzt auf der Anime-Convention, wenn wir uns sehen, Freunde, ich möchte, dass ihr genau das für mich auch machen, okay? Du bist dieses Anime-Girl in der Serie, ich weiß. Mach nicht die Zundere! Oh! Oh, shit! Nein, er wollte doch bei dem Chillen! Hä? Hä? Sie zittert. Oh Gott! Oh! Leute, die Eier, die hängen tief! Genau deswegen habe ich einen Schnauz erwachsen lassen. Okay. Okay. Nämlich, dass ihr... Oh, Mann, Alter, jetzt hat er uns erwischt. Es gibt hier viele, die halt noch so viele. Oh! 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 Und er erinnert ihn an seinen Bruder. Takemichi. Anikin. Hä? So... 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 Schön gesagt, Bruder. Dein Tattoo ist zwar ugly as fuck, aber schön gesagt, Bro. Das ist doch der Typ, oder? Das ist doch der Typ, oder? So... Son! Es wird spannender. Es wird spannender. Der ganze Anime fängt an, so richtig an Fahrt zu gewinnen. Und mein Schnurrbart sagt auch... Ui! Perfektoriii! Und damit... zur vierten Folge und damit letzten Folge... von Tokyo Revenge. Stimmt, stellt euch mal vor, ihr seid einfach zwölf Jahre... Also, ihr seid in einem Körper eures zwölf Jahre jüngeren Ichs. Ich schwör's euch, vor zwölf Jahren, ich war... 14. Da war ich der größte Pisser. Bevor ich das gesehen hab. Bevor ich das gesehen hab. Ich muss auch ehrlich jetzt gestehen, so... In meiner Schulzeit war ich eigentlich auch eher wie er im Sinne. Ich hab mich nie getraut, irgendwas zu machen. Wenn ich irgendjemanden gut fand aus der Klasse, hab ich mich nie getraut, zu sprechen. Ich war generell immer so ein bisschen zurückhaltend. Und es ist eigentlich interessant zu sehen, wenn man die Eier hätte. Wenn man wirklich die Eier hätte, das durchzuziehen. Einfach durchzuziehen. Wo man jetzt wär. Oder wie das Leben gelaufen wär. Oder wie das Leben gelaufen wär. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, das war ein absolut... Ich hab mir grad die Rede der Reden gehalten. Awkward Moment. Und er springt wieder zurück. Oh nein! Oh nein! Hä, wie dumm! Das ist ja, wenn er seine Hand hat. Wie gehört denn, Naruto? Wie lustig! Wie lustig! Oh, das ist eine gute... Ey! Hey! Hey! Okay, krass. Dass er ihn nicht abgestochen hat, ist dieser Typ jetzt einer der Bosse geworden der Leute. Holy shit, das ist ja komplett verrührend. Ich bin so gespannt, wer drauf ist. Die da ganz hinten! Ich will die! Die da ganz hinten! Die da ganz hinten! Oh! Wie süß! Die Stiftengostenbälle! Aquamichi! Wie ist er zu sagen? Er hat's rasiert, man! Ich will das nicht! Er hat's abrasiert! Oh nein. Oh Leute, ihr wisst immer, wenn dieser Satz kommt, irgendwas mit harmlos in einem Anime wird irgendwie abgestochen. Ich dachte echt, er macht das Ding hier und sticht ihm was rein. Sag einfach ein Bro zu ihm. Lieb ihn. Lieb ihn wie ein Bruder. Der sieht richtig, richtig abgefuckt aus, das ist wirklich. Derjenige, der mich in den Schien geschubst hat. Weiß ich. Okay. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay. Alright. Alright, Freunde. Warum wollt ihr ihn umbringen? Warum? Sag ihn einfach nur. Erklär uns warum. Okay, das ist creepy. Oh nein, Freunde. Irgendwas Schlimmes passiert gleich. Wer ist Kisaki? Oh Gott, Freunde. Oh Gott, Freunde. Irgendwas Schlimmes passiert gleich. Nach Drakons Tod? Das ist nicht sterben. Okay, Leute, das ist ja absolut krank. Willkommen. Willkommen. Ach-kun! Der Herrkirch der Heero. Das ist ja nicht, Ach-kun! 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 Rota! Wer ist dieser Hikaki? Ist das dieser eine andere gewesen? Das würde so machen, oder? Also dieser eine von den beiden da, was ich meine. Der da. Naoto. Ich bin... ...doraken, ...akken, ...pira! Er möchte einfach nur zurück. Mein Mann um 3 Uhr morgens einen Iraner zum Heulen zu bringen, das ist ehrenhaft, Mann. Ab jetzt geht der Anime ab. Ab jetzt geht der Anime ab. Freunde, wir haben uns gerade drei Folgen einfach durchgezogen. Einfach durchgezogen. Leute, falls ihr keine Geduld habt, ich kann es verstehen, wenn ihr alleine weitergucken wollt, aber in vier Wochen gucken wir trotzdem weiter. Keine Ahnung, wie ihr drauf seid, Freunde, aber ich, wenn ich so Anime schaue, der so ein bisschen emotional wird, muss ich ins Bett legen und einfach ein bisschen chillen. Seid euren treuen Freunden immer eng. Seid ein wahrer Brö. Und falls einer von euch die Fähigkeit hat, in die Vergangenheit zu reisen, sagt dem Vergangenheits-Kuro, er soll sich einen Schnauzer wachsen lassen. Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf eurem Tschin-Tschin auf. Bis zum nächsten Mal. Und... Aui. Das ging richtig gut. Bis dann. Gnommare, gnommare. Bye, bye. Bis dann. Ciao. Peace. Untertitelung des ZDF, 2020